Guten Tag und herzlich Willkommen zurück bei Wayplay bei eurem Benni und bei einer Runde Survival Games auf dem Server von Cytoxian auf der Map Breeze Islands bei Xbayani. Ich habe einen Gast dabei und zwar ist das laggezockt. Hallo. Und ja, der wird nur mitzocken und ein bisschen mitreden. So, da ist er auch neben mir. Wir sind im gleichen Distrikt. Was sollen wir machen? Ich glaube, ich gehe in die Mitte. Ja, ich auch. Okay. Noch 20 Sekunden. Die Map kenne ich wenigstens. Ich auch. Die Map kenne ich wirklich. Aber was heißt ich kenne die? Also ich habe jetzt keine Ahnung, wo die ganzen Spots sind, wo die Kisten sind, aber sonst... Hast du schon mal gespielt? Ja, ich habe sie schon mal gespielt, genau. Okay. Ich brauche ein Schwert. Okay. Ich habe nur einen Helm bekommen. Wo bist du? Warte, ich gehe nach... Ja, hier. Ja, komm mit, komm mit. Komm, wir holen uns den. Okay, zusammen können wir den... Okay, der hat eine Axt. Der hat eine Axt. Ich habe auch eine. Kannst du mich boosten? Warte. Ich booste... Ich bin schneller als er. So, ich lege zum Wasser. Ach, lol. Der hat in meine Richtung geguckt. Ich habe das gar nicht gesehen. Alter, bei mir lag es gerade hart. Lol, what the fuck. Bei mir gerade nicht. Also bei mir lag es in dem Sinn, dass ich... Warte, schlag ihn zu dir. Warte, schlag ihn zu dir. Pass auf, dass er dich nicht töte. Boah, ich habe schon Hunger. Er hat nicht mehr viel. Weiß. Boah, ich bin zu lahm. Der hat Speed getrunken oder so. Jetzt aber. Kann nicht treffen. Warte. Ja, geht doch. Jawoll. Sammle die Sachen ein. Kannst mir die Axt geben. Warte, ich esse deinen Kuchen jetzt. Warte, ich muss Apfel essen, weil sonst verweig ich hier. Die Axt von dem könnte ich mit gebrauchen jetzt. Danke. Gut. Hast du zu essen? Hast du einen Helm? Ah, doch schon einen Helm. Ich habe nichts zu essen. Warte, ist der Kuchen noch da? Weil... Leider, ich kann dir was geben. Ich habe aber, ich bin vorher, ich habe Kuchen gegessen. Da ist eine Kiste. Hier hat er glaube ich draus gewandt, oder? Nein, das ist voll. Fünf Äpfel habe ich jetzt. So, dann kann ich auch diese Helme da lassen. Ich habe nur eine Angel. Ich hätte die ganze Zeit eine Angel gehabt, ne? Oh Mann. Siehst du irgendwo Kisten? Ne, gerade nicht. Doch, ich sehe welche. Da hinten ist auch noch eine, warte. Hol mir die schnell. Also okay, dann haben wir... Ne, die ist leer. Die ist auf jeden Fall voll, denke ich. Ne, die ist leer. Okay. So, fuck. Ich kletter mal hoch. Ich glaube da oben ist nichts mehr. Ich glaube da oben... Doch, ich denke da... Ich weiß... Ich habe irgendwie eine Erinnerung, dass da viele Kisten sind eigentlich oben. Ich weiß nicht, ob die leer geräumt sind. Das könnte sein. Ähm... Bitte mal das Schwein, wenn es geht. Ja, okay. Guter Experience. So. Ist ja auf jeden Fall noch keine Kiste. Immer weiter hoch. Oh, ich habe ja fast keine Rüstung. Ich habe eine Rüstung. Also ich habe nur einen Helm. Okay, jetzt wird es problematisch hochzukommen. Lass eine Kiste. Komm, sei bitte voll. Ja, die ist voll. Ich habe einen Bogen. Und drei Pfeile. Gut. Und ein Feuerzeug bekommen. Und eine Lederhose. Ich gehe noch mal ein Stück weit hoch. Hier ist auch noch eine. Okay. Oh, jo. Äh, du kannst Holzschwert haben, wenn es besser ist. Ich weiß es nicht. Ich habe... Ne, ist nicht besser als Steinachs. Achso, ich habe ein Steinschwert. Ähm... Da ist noch eine Kiste. Ja, da sind gute Sachen drin. Willst du eine Hose haben? Äh, kann ich. Äh, du kannst einen Steinschwert haben. Ich habe ein Eisenschwert gefunden. Okay. Geil. Ey, sehr geil. Warte, hinter dir. Hier. Hier. Ich habe die Hose bleiben müssen. Ja, nix. Eisenschwert. Okay, danke. Ich habe auch noch ein Eisen gefunden. Ich habe auch noch ein Eisen gefunden. Ich habe auch ein Eisen. Und einen Stick habe ich. Kann ich Holz abbauen? Kann ich Holz abbauen? Der geht nicht. Wir brauchen... Müsst eine Workbench finden. Da kann ich mir auch ein Eisenschwert machen. Ich habe auch einen Stick. Äh, hast du zwei Eisen? Ich habe ein Eisen. Du hast einen Eisen. Warte, ich gebe dir schnell mein Eisen. Hast du einen Stick? Ja, Stick habe ich auch. Gut. Lass mal runter gehen. Ich hoffe, in dem Haus gibt es da was. Äh... Ah, ich habe sogar noch Schuhe. Hast du welche? Äh... Ne. Ich habe welche gehen. Warte. Und wo sind die denn? Absolut. Ah, hinter dir. Okay, lass mal. Ich denke, wenn wir runter gehen, ist okay. Gucken wir mal nach Kisten. Okay, lass schon die Weltgrenze. Ich bring mal hier die Schafbogen. Für die Experian Points. Ja, ich habe genau ein XP. Ah, da ist auch noch was drin. Ja, und? Feuerzeug habe ich noch am Start. Ich habe auch noch einen Freizeit schon. Da unten ist jemand. Pass auf. Und dann holen wir uns zu zweit locker. Ja, die sind zu zweit. Ja, den Hund welcher. Und die sind zu zweit. Oh, ich muss husten. Ähm... Ich weiß nicht, wo die sind. Pass auf. Ich muss essen. Nicht runter. Doch. Ah, die haben mich nicht gesehen. Das ist so dumm. Komm, lass sie holen. Ich muss was essen. Ich muss was essen. Okay. Kloppt drauf, Alter. Wie ist denn fast da? Jawohl, ich habe... Oh, warte. Sorry, Alter. Ich muss noch was essen. Ja, ich nehme gerade eh nicht auf. Ja, genau. Sorry, trotzdem. Ich habe jetzt genug Stuff, Alter. Ja, drei Diamanten habe ich. Wo ist denn dein Eisenschwert? Äh, warte. Das liegt hier vorne in dem Haufen mit der Goldrüstung drin. Ja, okay, warte. Sag mal, wenn jemand kommt, weißt du. Ja. Ich guck gerade nicht hin. Oh nein. Was? 20 Minuten? Wie, 20 Minuten. What the fuck? Da, ich habe das Eisenschwert. Ich will eine Holzachs haben, genau. Kann sich schön freuen. Was sehe ich denn noch wertvolles? Die Feile, kennt ihr mir? Ja, so. Ähm, den Helm kann ich mir noch geben. Da ist noch eine Truhe. Ich habe trank die Regeneration. Angel mit Angel komme ich sowieso nicht dran. Klar. Da ist denn noch viele Truhen. Mach mal ein bisschen schneller, das sind noch ein paar. Okay, warte. Oh, ich muss mich gerade noch mal muten. Uh. Hier links hin. Oh. Ich sehe es, ich sehe keiner. Digger, dann nehme ich an eine Flüsse, das ist auch nicht mehr drohen. Ich brauche auch ein Ding, stars und trug. Ich brauche eine Ding, dann... Ich habe schon... Ich brauche keine Workbench, dann habe ich einen Gehmannschwert. Warte mal geradeaus, rechts. Rechts. Da ist gar kein rechts. Da ist ne Truhe. Egal, ich hab schon einen. Warte, die ist ein Punkt. Hier ist Eisensonne. Ey lol, siehst du die nicht oder was? So. Ok, dann hab ich Experian. Ok, dann kann ich den geben. Dein Unwetter zieht auf, oder ist das schon zu Ende? Ne, er hatte gerade aufgehört. Ich versteh's nicht. Ohne Aufnahme habe ich 180 FPS und mit... ...null. Ok, ich muss auf jeden Fall ne Workbench hinfinden. Warte, ich such mal schnell eine. Ok. Ja, dann hab ich den Stick noch. Ja, dann hab ich den Diamantschwert. Ich glaube, es ist nur eine in der Mitte. Da geh ich grad drinnen. Geh ich da hin? Das ist ziemlich weit. Ne, ist nicht so weit. Jetzt mal statt an 18 Minuten. So. Ich glaub irgendwo hier. Hier haben wir zwei gefaltet. Oh, ich muss das Essen runterbringen. Ok. Wenn du nach links gehst, bist du schneller da. Ja, bin ich sowieso. Hier links, ne? Ja. Ja. Und jetzt will er nach links, dann bist du dort. Und jetzt will er nach links, dann bist du dort. Ist da jemand? Gut. Ist die Worte ein Redfinch? Ja, in der Mitte. In der Mitte. In der Mitte ist einer. Gut. Du hast auch grad grad ein bisschen Internet-Connection-Problem, oder? Also bei mir grad nicht. Ich hör dich auch gut. Ähm. Ich hör dich nicht. Weißt du, wo Enchanting-Tables sind? Vielleicht auf dem Schiff. Ne, warte. Ich guck mal. Kannst du mal kurz auf links gucken? Auf dem Schiff. Warte. Nee. Der ist doch auch in der Mitte, oder? Ja. Der entstand mit Hilfe. Leider war keiner. Echt nicht? Nee. Soll. Ich geh mal kurz auf dem Schiff gucken. Schade. Ich glaub da ist nix. Nee, da ist nix drin. Aber könnten Kisten auf dem Schiff sein. Ja, das sind ziemlich viele, aber die sind glaub schon gelootet. Von unten. Ne, sind die nicht. Ich nicht. Nee. Ich glaub der ist gelootet. Wo sind denn auch Kisten? Vielleicht in den Räumen da hinten. Da ist meine Kiste. Der ist auch nicht gelootet. Hey Junke, warum dauert das Deathmatch so lange? Ich weiß auch nicht, ich hab jetzt keinen Bock, den 16 Minuten nicht zu zaubern. Nee, da musst du mal ein paar klatschen. Ich glaub, ich werde Elin nicht verlieren. Ich glaub nicht. Und wenn ich nochmal ein Diamantschwert noch hier verzaubern könnte... Warte, ich, ich, äh... Da ist jemand beim Schiff, lol. Wo? Warte, nee, ist ein anderes Schiff, scheiße. Das sind meine Gatte, Junke. Ich glaub, ich geh noch bei dem Haus da hinten. Nee, nee, das ist sogar bei dir. Geh mal nach links, da ist der. Nee, auf links. Äh, du bist doch grad auf den See, Russen, ne? Ja, bitte. Jetzt lauf mal ans Land und dann links. Nach links, ok. So, wie jetzt? Ja, da war grad er noch, oder ich guck mal hier noch. Ja, da, rechts. Äh, links war ich. Ah, da. Äh, mir liegt's. Nein! Mir auch, Alter. Dieser Server ist unstabil, Alter. Jo. Ich hab auch keine Pfeile mehr. Ja, glaub ich auch, links. Schau das. Ja, komm, mir holst du locker. Nein! Ah. Geh schnell auf die Seerosen. Nein, ich bin auch runtergefallen. Oh Mann. Ok. Ja, der kommt nicht weiter. Wenn du jetzt weit springst, dann bist du echt gut. Dann. Oh Mann. Warte, ich tu mal ne Angel. Warte, ich tue mal ne Angel. Warte, ich tue mal ne Angel. Ach, das ist der Wetter. was der kacke alter ich gehe auf das schiff ich glaube der biete ich nicht mehr ich habe leider keine pfeile was macht hier wieder da ich hoffe der gar nicht mehr schaden also gehen wir aufs schiff rennen ans ende und springen runter runter nee der geht auch aufs schiff glaube ich bleib nicht mal oder so ich hab den geschlagen jetzt rennt er weg man ich kann doch seine niederlage einsehen nein das deathmatch startet wie viel leben denn noch ich glaube ich krieg den nicht mehr von den vier stück noch den kriegst du jetzt schnell machst und keinen fehler mehr machst du kriegst den locker er steht der ist hängen geblieben an indian ich aber auch ach ich krieg den ich muss noch nicht versuchen oder hey warum startet denn das deathmatch nicht ich hole mir den jetzt bei mir ist richtig laut gerade Hm, das ist komisch. Pass auf. Den hab ich schonmal. Okay, dann den nächsten. Ich glaub du hast bestimmt noch ein Team online, ne? Ehhh, ne, das ist nur noch einer da. Echt? Ne, geht's locker. Das ist ja von gerade. Ja. Er hat ein Goldschwert, wow. Kein Block hinten, nur hinten. Ja, geil, hab ich gewonnen. Schade, dass du nicht dabei warst, aber trotzdem eine gute Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich glaub, das reicht auch erstmal eine Runde, weil die war echt lange. Da sich das lange herausgezögert hat. Okay, da bin ich rausgeflogen, aus dem Server sogar. Na ja, egal, das war's für heute. Wir sehen uns immer morgen wieder. Ich schaut den Kanal vor und leergezockt vorbei. Ich pack ihn in die Beschreibung rein. Und ciao. Ciao. Ciao.